guten morgen ihr lieben wir haben wieder unseren beziehungsweise die sophie ihren carntown und da zeigen wir euch jetzt was drin ist guten morgen hallo heute darf die sophie das vierte türchen aufmachen und schauen welche zahl sich dahinter verbirgt welches nimmst du denn sophie die zwei das ist eine tüte dann such mal die zwei ein durch die genau und noch mal auf und schnuppern mal nach was riecht das denn papaya und jasminblüten duften und weißer super das sagen wir auch schon wieder tschüss bis zum nächsten mal guten morgen ihr lieben heute ist tag 4 des countdowns und sophie kommt wieder aus hallo guten morgen so sophie dann dein nächstes türchen welches öffnest du das ist die tüte und was ist denn da drin ein topmodel ein topmodel kleines ein topmodel buch so ausmalen und anstickern ok und sie kann man einschreiben also vorne zum malen und hinten zum notieren cool ja dann haben wir heute den countdown schon wieder geschafft und wir sagen tschüss bis morgen